Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Battle Pass. Und zwar bin ich natürlich immer noch auf der Insel von Sipta und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, laufen hier jede Menge Wildschweine um mich herum. Und zwar gibt es eine Herausforderung, Wildschweine besiegen. Da müsst ihr zehn Wildschweine insgesamt erledigen. Und die greifen jetzt gerade schon das Krokodil an. Ich hoffe, die gewinnen, weil ich brauche nämlich gleich noch ein Wildschwein. Ich mische mich mal eben ein. Drei Wildschweine scheint es nicht so gut zu haben. So, da habt ihr jetzt schon gesehen, ich habe jetzt das letzte Wildschwein erledigt. Und zwar befinde ich mich hier in diesem Fluss. Ihr könnt ungefähr sagen, ich glaube so ab hier grob geschätzt, in der Nähe von dem Fluss findet ihr jede Menge Wildschweine. Also ihr könnt den Fluss im Endeffekt entlanglaufen. Da findet ihr jede Menge Wildschweine und wie ihr auch sehen könnt, jede Menge Krokodile. Die Quest habe ich nämlich auch gerade schon erledigt. Die war dann im Endeffekt hier hinten in der Biegung. Und dann tauchen hier immer mal wieder ein, zwei Krokodile zwischendurch auf. Also beides könnt ihr sehr, sehr gut hier erledigen. Hier oben ungefähr im Bereich 9, ja 9 bis 10,5 sage ich jetzt mal, bis hier oben ungefähr. Da findet ihr jede Menge von den Wildschweinen. Ja, ich hoffe das kleine Video hat euch weiterhelfen können. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und schaut euch doch auch die anderen Videos an zum Thema. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.